Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2, meine lieben Freunde, 7.000 Abonnenten-Spezial, weiter geht's. Joa, ihr habt euch entschieden, entweder, ähm, wer was für ein Gewehr war da nochmal? Moment, was habt ihr nochmal gesagt? Entweder den Ripper da, oder das Sturmgewehr, also dieses Teil, was ich da schon beim ersten Teil hatte. Wie hieß es denn nochmal? Die Strahlkanone? Impulsgewehr, genau, das Impulsgewehr, oder das Impulsgewehr. Haben wir hier eigentlich aufgehört? Ja, ich glaube schon, der Raum kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Jedenfalls haben wir noch unsere Harpune. Im Moment gab's da vielleicht irgendwie ein Shop oder so, ne, ne? Achso, da ist ja meine super epische fucking Lampe, Stundja. Die nehm ich auf jeden Fall mit, denn die ist einfach mal so ultra hardcore geil. Genau, ultra hardcore geil, wie ich sie so schön nenne. Ich mein, guck mal, die macht alles voll Licht, ey, guck dir das an, ne? Warum fliegst du jetzt runter? Willst du mich ärgern? Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall richtig ablosen, deswegen jetzt habe ich nicht mehr meine ultra detonierte Minen. Ist es für die Waffe, oder sind es irgendwie, keine Ahnung was. Ist es für die Waffe, ey, warum kriege ich jetzt so detonierte Minen, obwohl ich nicht mal die Waffe habe? Ich habe die Waffe nicht, hä, kapierst du schon. Naja, egal. Auf jeden Fall gefällt mir dieser Ort definitiv mal überhaupt nicht. Der ist eigentlich ein perfekter Ort für diese ganzen kleinen, schnellen, masserfucking Irgendwattviecher. Und ich wette, die kommen auch hier, äh. Oder es kommt gar nichts, und kommt einfach dann so ein dickeres, fette Vieh. Was ist denn das? War da gerade irgendein Vieh? Achso, achso, naja, okay, ich war selbst schuld dran. Ich habe auf jeden Fall einen Stab. Also wer will, der kriegt gleich einen Stab um die Ohren. Xbox kurz mal kaputt machen. Muss sein, muss sein. Harpoon-Munition, schön. Noch habe ich hier keinen Feindkontakt. Worüber ich auch sehr, sehr erfreut bin. Genau, ich bin sehr erfreut. Alter! Mann, ey! Alter, Hilfe! Mutti! Oh! Alter, da stürmen sie alle auf einmal auf mich zu. Von hier können sie nur kommen, oder kommen sie auch von da vorne? Nee. Die können doch nicht über irgendwas springen, ne? Hoffe ich jedenfalls nicht. Da war er gerade. Komm her, komm her. Komm her, trau dich. Trau dich, du kleiner Motherfucker. Komm. Von da kommt er auch nicht. Na? Na? Genau dahinter ist einer. Oh. Sag mal, komm her, du kleine Muschi. Wollt ihr mich verarschen? Alter! Du mieses Vieh. Jetzt reicht's. Jetzt ist Papa sauer. Alter, da ist ja auch noch einer. Wow, 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 wow. Wow. Mann, Mann, Mann. Ich dachte erst mal... Ah! Krabbelt er auf mich da, ey. Ach, die können hier nicht lang, oder was? Die können da anscheinend überhaupt nicht lang. Schön zu wissen. Der hat doch hier... Ah, hier. Wow, wow. Geh, down. Nein! Ne, das will ich nicht. Ich will das hier. Alter. Ha. Ist er tot? Ja. Alter! Nein! Oh. Oh. Kannst du mal ruhig sein? Bläh! Ah! Ja, hä? Schau, sein Bein ist tot. Tot, genau. Der kommt ja wieder angekrabbelt, ey. Guck mal, wie so ne... Kleine Made! Boah, gehen die mir auf die Eier, ne? Alter! Drecksfiecher! Mein lieber Scholli! Habe ich mich hier gerade ein bisschen blöd angestellt, aber naja. Ich hasse diese Viecher, halt. Oh, Mann, ey. Alter. Muschi. Was? Keine Ahnung. Oh, Mann, Alter, ey. Geht ja gar nicht klar, ey. Warte, 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 die, Alter. Ich hasse diese Teile. Mann, 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 Mann. Hat dann auch noch so viele von denen, wie ist das? Es war ja nicht nur so zwei oder so, es waren gleich fünf, sechs, sieben, acht, so volle Gangwing-Party irgendwie am Werk. Mann, 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 ey. Man kann es auch echt irgendwie ein bisschen übertreiben, möchte ich auch meinen. Also, es ist echt ein bisschen hardcore schon gewesen. Ich sammle ja auf jeden Fall jetzt hier noch den ganzen Kraballi ein. Genau, heißt Kraballi, oder Kraballi, oder was weiß ich. Ich glaube, das ist jetzt alles eingesammelt, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Wo müssen wir langen? Wir müssten da langen. Da ist nebenbei was zum Hacken anscheinend. Ja, Hacken. Oder ein Lüftungsschacht. Nein, Hacken-Dingens-Kürschen. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Hacken, Hackimacki machen. Und wir müssen da. Kein Problem. Alle. Easy. Äh, da hin. Haben wir geschafft, ja. Kein Problem für den Handwerker, also klar, der auch perfekt noch alle hacken kann. Ja. Dafür ging dann die Tür auf, wo wir auch wahrscheinlich rein müssen. Ja, wir müssen hier rein. Boah. Ich dachte kurzer Zeit, das wäre ein Vieh, ne? Sag mal, Kollege. Was kniest du denn da rum, ey? Solltest du mir gleich ein... Ähm, machen? Also... Nee, das will ich nicht vertiefen. Ich habe ein Wesen. Oder ein Wischer oder was auch immer das ist. Isaac. Er ist weg. Hören Sie. Die Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1. Krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2. Die Schrauben sind so fett. So fett. Ich verstehe nicht. Oh, nein. Er ist zurück. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Doch. Er ist wieder da. Der Kuschelbär. Oder der Pädobär. Kuschelbär? Ich weiß das nicht. Ich weiß nur eins, dass ich bestimmt gleich erschreckt werde. Hallo? 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 Keiner da. Nicht mein Gegenstand. Boah, wie lahm. Sag mal, höre ich dann... Da schießt jemand rum. Ich glaube, das ist sogar eine Frau. Oh, nee. Die verrät uns doch gleich dann wieder, oder wat? Hey, die. Bei mir ist keiner, ne? Nö. Ach du Scheiße. Ja, stürm gleich auf mich zu, ey. Sex Vieh. Oh. Na, Süße? Wie schaut's aus da vorne? Oh, ich will ein Stück von dir. Darf ich? Will ich mal ein bisschen ihr helfen hier? Kann ja auch nicht sein. Mach's alle da unten hier. Habtungewehr. Ach, schade. Ich wollte eigentlich gerade den Elektro... Boah, die räumt da auf, Alter. Wie viel kommen da eigentlich noch bei der? Muss ich da vielleicht irgendwie rüber? Ja, anscheinend, ja. Ach so, wenn ich nicht rüber gehen würde, würdet ihr ja auch morgen stehen, oder wat? Interessant. Ja, das ist mal wieder ein geiles Spiel. Alter! Boah, hey, hey! Bleiben Sie zurück! Wenn Sie reden wollen, dann von da aus! Dann will ich, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig, ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Und wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte... Folgen Sie mir nicht. Okay? Warten Sie. Warten Sie. Ich verrate dich doch, Isaac. Jetzt haben wir hier Impulsprojektile. Also Munition sogar schon für das Impulsgewehr-Dingenskirchen. Wo müssen wir eigentlich lang nehmen? Ach, wir müssen da lang, wo sie lang gegangen ist. Dann wollen wir mal. Haben auch nicht mehr so wirklich viel Energie. Mal gucken, wie es oben schon aussieht. Ist hier nicht durchgegangen? Anscheinend er nicht. Da sind ja so eine Viecher, ey. Da ist eine Speicherstation. Und da ist ein Shop. Aber hier ist jetzt alles soweit sicher, oder? Nicht, dass ich jetzt gleich in irgendeinem Scheiß-Maservucking-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer. Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-Möhrer-M Waffe darf man nicht haben, Sucheprojektile auch nicht. Was haben wir hier? Halbleiter Rubin, geil. Halbleiter Bronze. So, was haben wir jetzt für Waffen? Also wir hätten einmal das Suchergewehr, das ist anscheinend so ein Snipergewehr, so ein Detonator, der verschießt anscheinend nur Minen. Da hat jemand auch gesagt, der Ripper ist anscheinend richtig geil, aber... Ah ja. Ne, ich nehme Impulsgewehr. Wer... Ich weiß es nicht, wegen Impuls... Das ist halt das, wegen Impulsgewehr hatte ich ja schon ein Dead Space 1. Ich will halt was Neues sehen und was Neues euch zeigen. Zum Beispiel die Strahlenkanone hatte ich auch noch nie. Wisst ihr was, ich nehme jetzt mal die Ripper und dann irgendwie mal nehme ich die Strahlenkanone. Ich wechsle mich ein bisschen ab mit den Waffen. Das ist halt auch nicht so langweilig, das ist so die ganze Zeit nur mit der gleichen Womme. Obwohl ich eh nur mit dem Plasma Cutter rumrenne. Aber hey... Ähm... Haben wir schon... Hey, wir haben ja schon Dingens... Munition dafür, für den Ripper. Ich weiß nebenbei überhaupt nicht, wie der funktioniert, also... Ach, komm mal hier. Höh! Okay. Gut. Der Ripper ist eigentlich schon irgendwie nice, aber... Ist halt nur auf Nahkampf ausgelegt. Kommt da noch einer? Ach ne, wahrscheinlich dieses Mercer Fears ist irgendwann hier. Stimmt ja, die gibt's ja auch noch. Da wieder einer. Alter, diese verdammten Mercer Feature, ne? Ach, da ist er. Hab mich schon gefragt, wo der hier... ... ist, ey. Na, guck mal in den Stab. Alter. Alter, alter. Boah, ey, ging die Fischer mir auf die Eier, ne? Die rennen Dreckskotzteilen, ey. Die kotzen mich die ganze Zeit an, oder was die auch immer machen. Nebenbei hab ich gar keine Munition mehr für die... ... für den Plasma Cutter. Was ist eigentlich für die Leertaste? Okay, dann verschieße ich sie einfach nur. Die Klingen. Das ist gut. Da ist das Teil. Ja, toll. Getroffen. Zero. Alter, das ist grad wieder überhaupt nicht geil, dass ich überhaupt keine Munition mehr habe, ne? Der ist richtig abfuckt grad mal wieder. Alter. Ja, die Ripper ist eigentlich schon eine ordentlich geile Waffe, muss man sagen, also. Ja, die macht auch scheiße. Aus Versehen jetzt, die Ripper eine Munition da verschwendet. Aber die macht einen ordentlichen Schaden, ja. Definitiv. Die ist ein bisschen schwer zu treffen. Aber... In Ordnung. Renn, 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 renn. Da war nämlich schon einer. Ich spuck mich nicht an. Ist er tot? Er ist tot. Ohne Abschlussspritzen. Auch cool. Schön, schön. Na, dann wollen wir mal weiter. Mit unserem Ripper-Ding ins Kirchen. Und hier schaut's ja mal wieder richtig schön aus, ey. Kinderstation, ey. Oh Gott. Teddy! Oh Mann, ich hasse Kinderstationen, ey. In Dead Space. In diese ganzen kleinen, motherfucking, kleinen, motherfucking, motherfucking Viecher. Hör auf, die habe ich mal gar keinen Nerv. Alter, das ist ein Baby. Alter. Wow. Hm, Bolognese. Mit Nudeln. Lecker. Alter, ey. Die explodieren. Sind anscheinend so eine Art Selbstmord, Attentäter, motherfucking irgendwas, Viecher. Interessant. Okay, 15 Minuten Pause. Spiel schön. Ich mach nicht mit. Nö, 15 Minuten warte ich jetzt hier. Schade. Ich sagte, den kann ich hier runterholen. Isaac, auf dem Fahrrad. Yeah. Ihr merkt schon, wie ich versuche zu unterdrücken und weiterzugehen. Aber ich muss ja irgendwann weiter. Oh Gott, ey. Auf diese kleinen Viecher habe ich schon mal gar keinen Nerv. Besonders vielleicht auch gar keine Munition mehr. Ich habe, glaube ich, für Plasma. Oh doch. Hab ein bisschen Munition wieder. Was denn das? Eine kleine Minischere. Ach, das ist ja süß. Was nicht so süß ist, dass bestimmt hier gleich die ganzen kleinen Viecher kommen. Ich wette, die kleinen Viecher kommen gleich hier. Oh ja. Ach, ein Schuss reicht. Ach, das ist ja super schön. Ja, den Einschuss. Sämtlich sogar daneben. Kann man die nicht mit Gegenständen abwerfen, dass die sich sofort explodieren? Oh, ich habe den Kopf abgeballert. Dann explodieren die anscheinend nicht. Auch schön. Kommt da noch einer? Hallo? Machen wir mal zu. Kommt hier keiner mehr durch. So. Haha. Schlauer Isaac. Ja, die kommen doch sowieso durch. Indem sie einfach das wegschieben. Oh. Ah, guck mal hier. Mit Köpfe kann ich denn noch da drauf werfen. Alter. Munition halt sparen. Ich weiß, das ist total brutal und so, aber... Ja, was soll ich machen? Alter, das ist aber wirklich richtig brutal, ey. Babys da rein zu orgeln, ey. Kinder sind drin, Babys sind drin. Alter. In Dead Space 3 laufen dann wahrscheinlich noch Opas rum, oder was? Weißt du? Timeout. Na, für der auf jeden Fall ordentlich Timeout, ey. Naja, wollen wir mal weiter. Ne, nicht Ripper. Für die kleinen Viecher ist auf jeden Fall... ...der Plasma... Cutter, gut. Der Mond spackt ab. Guten Tag. Der Mond spackt... ...total ab. Am besten wäre hier wirklich, ähm... ...Impulsgewehr. Was ist das Impulsgewehr? Also dieses Sturmgewehr. Wegen... Alter, der nächste Mond, der abspackt anscheinend. Wegen Einschuss sind sie ja immer tot. Sie sind ja immer tot. Sind hier auch noch so ne kleinen Viecher? Wow. Dann heben wir mal den Textlog auf und... ...wer will kann das durchlesen. Einfach pausieren, ne? ...drei, zwei, eins. Pausiert. Dankeschön. Durchlesen bitte. Was sind denn die Tiere? Rämel für den Popo, oder wat? Oh, warte, ey. Alter, was... Was ist das für ein Geräusch? Spackt da irgendwas ab, oder wat? So. Gute Nacht. Ah, ne Speicherstation. Das kommt auf mir gerufen, denn wir sind schon bei unseren 20 Minuten angelangt. Damit werde ich erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Dead Space. Weil wieder... Schakalaka, motherfucka, BYE.